Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel 1 Zeit hier in Spa. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade für den großen Preis von Belgien vorbereitet werden. Und das ist die Startaufstellung für das heutige Rennen. Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren, aber sollten nicht selbst welche schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Botas ist vor dir, versuch ihn zu überholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Die Rennkommissare werden das DRS aktiviert. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. Untertitelung. BR 2018 Eine weitere Trophäe, die sich Kimi Räikkönen in seinen Schrank stellen kann. Der Finne holt heute verdient Platz 1.